hier oben? Ja. Dort hochkommen. Ich brauch was zu... Da haben wir ganz falsche Ecke gesucht. Da unten das Loch. Nee, oder? Da, wo ich jetzt die Kanade reinschmeiße. Nee, bitte nie. Äh, Dirk? Nee, warte mal, ich muss jetzt erst mal runterbauen. Warte, jetzt muss ich mal gucken, ob man diese Rohr hoch hier bauen kann. Pflaster... Sven? Ja, ja. Wo bist du? Guck, guck. Wo denn? Guck, komm her, gucken. Ich bin hier, bei der Vertiefung, ich bin bei der Vertiefung, komm gucken. Ey, hört mal auf. Nee, hört mal auf. Ey, das find ich doof. Komm schon. Ey, komm, das war doch, das war doch ein kleiner Lustiger. Nee, weil ich gerade was machen wollte. Ach, das war lustig. Ähm, wo sind denn hier die Eingänge? Eingänge? Ja. Oder... Wie hab ich das gemacht? Zwer, zwer. Dort auf der Seite gibt's noch keinen Eingang, das wird abgebaut. Das geht hier durch. Wie, was wird... Das, was du hier siehst, der Bereich, der kommt weg. Äh, nee, aber bloß das Glas hier. Nur das Glas hier. Nur das Glas hier. Die Haltung bleibt. Die Front kannst du ja lassen. Äh, das Glas auch lassen. Bloß das Glas in der Mitte kannst du wegmachen. Also wirst du ja bloß so einen Durchgang zum nächsten... ...Farm. Ähm... Ja. Willst du eine kleine große machen? Na, eigentlich wollte ich's getrennt haben. Ja, klar. So richtig schön, weißt du? Und hier drüben... Hier drüben wäre das dann genauso. Weißt du wie? Also wäre meine Idee. Ja, ich will erstmal in die Richtung raus gehen, weil es ist... ... auch sehr viel Glas dafür. Guck mal, irgendwas wollte ich da jetzt machen, weißt du das? Was ich machen wollte? Keine Ahnung. Du könntest, wenn du Langeweile kriegst... Lass mich doch mal ausreden, wenn du Langeweile kriegst, ja? Kannst du ja von mir aus auch... ...hier das ganze Holz abbauen und dafür auch mit den Tropenholz ersetzen. Das würde ich sowieso machen, dass das gleich aussieht. Eben. Problem ist, jetzt ist mein Glas alles. Jetzt muss ich Sand holen. Gut. Oh Gott. Hinten hast du Licht, aber bitte, aber lass mal bitte mein Feld in Ruhe, mein Kapitänfeld. Ja, mal sehen. Die brauchen wir. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Ich hab total vergessen, was ich machen wollte jetzt. Was wolltest du machen? Also... Ich wollte auf eine große Reise gehen. Ich will es aber auch nicht. Ähm... Wo sind die Federn? Ich hatte noch mehr Federn. Ich wüsse es nicht. Ich frag mich nicht. Irgendwo vielleicht in einem großen Lager an die Kiste getan oder so? Das könnte natürlich möglich sein. Das könnte natürlich möglich sein. Ich weiß nicht, wo die Federn sind. Hier drüben drinnen? Nee. Achso. Mist. Jetzt, wenn ich hab... Ich hab die... Dings mit. Gläser. Ich mach grad neue. Ich komm mal hoch. Wie wird Lars haften? Drei... 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 Ich mach neue gleich nochmal. Okay, äh... Machst du schnell mal neue? Warte, ich bin aber gleich oben. Ich hab sie gefunden. Und wo hast du die? Warte mal, ich bin oben. Die drüben. Die drüben in der Kiste. Ich hab aber alles durchgeguckt eigentlich. Ähm... Ich würde es mal gut finden, wenn einer früher mal ein paar Schilder machen würde. Wo man dann in der Halle dort... Schilder sind noch drinne... Im... Im... In der Halle im Schreiben zum Beispiel. Bauzeug. Also Baumaterialien. Und so, weißt du? Äh... Da brauch ich. Drei... Wo bist du denn, Sven? In... Sandkasten. Welchen Sandkasten? Ich komm jetzt... Zum... Nee... Nee, lass mal da jetzt. Grab mal weiter. Da tue ich weiter wieder runter. Na, ich komm sowieso. Ich muss jetzt erstmal mich ja entklären. Ich bin voll. Ich tu mal das... Das Glas hier hinflacken, wo da ein Glasgebäude gebaut ist. Ähm... Svenne? Ja. Wenn... Wenn du Pfeile suchst, hab ich hier in der ersten Kiste drinne. Hier kommst du angerannt. Komm her, Sven. 15 Stück. Jetzt werden, komm her. Hier ist das Reflex-Born. Hier ist es. Das geht nie weg, das eine Sporze dort. Das ist die von der Puppe. Ich... Ich kapier das auch nie. Wir müssen das zubauen, um wie das es nicht auffällt. Das war gestern. Das ist halt... So, jetzt geh ich in die Welt... Hier ist ein Schwein eingesperrt. Ja. Jetzt geh ich in die Weltgeschichte. Ich suche jetzt ein Dorf. Nein. Ich suche jetzt ein Dorf. Nein. Du hast ja recht. Ich... Ich brauch nen Sattel. Was willst du mit nem Sattel? Du musst die Dorfbüro noch reiten? Ja klar, was denkst du denn? So richtig schön dreckig. Und bang. So. Ich geh mal unten bei der Lava. Jetzt mal gucken, ob das hier aufgeht. Was ich mir so denke. Wollen wir's hoffen. Ah, bei der Lava bin ich schon mal rausgekommen. Also... Aber ich weiss nicht, ob die Rohre reichen. Was ich gemacht hab. Achso, ich hab da raus. Komm schon wieder weiter. Wie ist hier? Hier ist... Hier ist ein Schwein? Ja, ich hab's eingesperrt. Ist da hinten eigentlich zu? Ja. Ich hab's da alle einmal eingesperrt. Es ist dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. Ich will nie gehen. Wo bleibst du denn? Dirk, hast du ein Bett mitgenommen? Nee. Ja, das geht jetzt. Also kann ich doch auf Reise gehen. Reise, Reise, Seelenreise. Nein. Nie reisen. Ja, natürlich. Ich will nen Dorf finden. Ich will Kartoffeln bauen und so nen Scheiß. Damit wir eigentlich mal züchten können. Na gut. Mit Kartoffeln züchtest du zwar nix, aber mit Mäuern. Außerdem kann man in den Dörfern schön looten. Die haben Dorfbewohner. Das ist nicht mein Problem. Die können neu... Ich pflanze sogar wieder neu an. Ich nehme nur das, was überbleibt. Hier sind überall Schweinchen. Schweinis. Und wir können keine ziehen, ey. Schmeinchen. Jaja, so hört sich das hier auch an. Jetzt komme ich ins Wasser. Toll. Jetzt komme ich in den Tropenwald wieder. Oder? Täuschend. Ne, ist täuschend. Ach du scheiße. Ich brauche irgendwann mal was zu fressen wieder. Täuschend. Täuschend. Vielleicht davon früh inversieren wird. Ich knifte, das ich bloß ausgedrückt. Sind die Kumpels von denen? Mach du was doch alles wieder eins an. Oh Moment. Creeper rum? Das glaubst du nicht, ey. Und, ach, weißt du was? Ich hab mir wieder kein Weckling gemacht. Nein! Doch! Dann merkt er wenigstens die Himmelsrichtung. Nein. Ähm, Dirk, welche Pilze brauchen wir? Braune oder Rot? Braune. Rote hab ich gefunden, aber rot kannst du trotzdem mitnehmen. Schaut ich ja nie. Ja, nee, nee, ich hol rote. Äh, Braune hab ich jetzt gefunden. So, wo mach ich denn die eine Fackel jetzt? So, ich mach die hier, die Fackel. Hm. Hm. Ich bin ja gerade im Sumpfgebet. Ah, das ist gut. Warum? Ja, weil oft Pilze gibt's. Weißt du, wo du rote Pilze sehr gut findest? Ey, geht hier dieser Trick, was manche hier machen, mit dieser, dass man... ...vier Pilze übereinander stellt und dann hier, weißt du, wie's meine... ...ääh, Knochenbeer drauf macht. Weiße. Das ist der... Das ist der riesengroßwort. Ja. Kommst du mal her, Sven? Warte. Wo bist du schon wieder tot? Wo bist du tot? Sech... Sechson... Minus 603? Äh, ich hab hier schönes Inventar. Das soll nie weggehen. Minus 603? Ich kann aber nicht hinspornen, wenn ihr dort nie seid. Äh, ne, ne, du sollst... Du kannst ja auch laufen. Soweit? Naja, okay. Ich hab hier grad mit den Scheiß-Tieren hier Probleme. Gott. Bin wieder da. Machen sie nie, was du willst? Die... Die dreht hier durch, mit der Wecher. Ich kenne auch nicht dafür die armen Tiere, weil... Oh. Ich brauch, ich brauch nur mal viel Rohre. Guck, ob die Kakteen nachgewachsen sind. Ist ja dunkel. Scheiß drauf. Achso, soll ich ins Bett nicht legen? Nein. Und jetzt? Nein. Scheiß, ich jetzt ja. Ich hab mich drauf. Scheißer dick. Was tut da? Ja, werfen. Ich bin. Okay, ich versuch mit den Viechern drauf. Oh, hier liegt ein Bomberang. Nein. Lass mal ein Bomberang kriegen. Werfen zu mir. Okay. Das ist schon scheiße, wenn so ein Creeper hinter dir explodiert, ey. Echt jetzt? Ja. Aber was denkst du, warum ich immer abgebloat bin? Oh. Oh. Creeper. 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 Oh. Oh. Oh Gott. Was? Das hast du mich abgelegen, das hat der Creeper fast hier meine Kartenform weggeknallt. Der Bomberang kam zurück und hat ein Hühnchen gekirlt. Och Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja. Warum machst du das? Der hat ein Hühnchen umgebracht. Töte ihn. Ich mach keinen Herzen, echt. Ja, ja. Ich bin aufrecht, die scheiß Wies. Die Regeln ja auch auf. Hast du denkst du das Glitch schon weggemacht? Ja, ja. Das lebt noch. Das ist sogar der Wind. Ich glaub's ja. Komm. Ich versuche jetzt mal die anderen dazu überzeugen, hier wieder reinzugehen. Hm. Wahrscheinlich hab ich mal hier. Ich hab mir wieder keinen Wegpunkt gemacht. Was soll denn das? Was? Okay, du geh hier weg, komm schon. Wie redest du denn mit Dirk? Ja, das geht ja schon. Ich hasse diese Creeper. Da bist du, du blödes. Wie redest du mit mir? Was? Das kommt doch jetzt aber ein bisschen spät, wa? Ja, weil grad ein Creeper hier war, konnte ich nicht so schnell reagieren. Aber ich muss hinten mehr Kakteen vielleicht abpflanzen. Es fehlen immer vier Rohre. Da haben wir Lava. Mhm. 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 Mhm.